Jane Roberts, Seth, die Natur der persönlichen Realität, Best-of-Zitate, zusammengestellt und live vorgelesen von Cass. Vorwort, Aufbau der persönlichen Realität. In dieser Existenz lernt ihr, mit der unerschöpflichen Energie umzugehen, die euch zu Gebote steht. Die kollektive Weltsituation ist ebenso wie die Lebenssituation jedes Einzelnen von euch eine Materialisation des menschlichen Fortschreitens auf dem Weg zur Weltgestaltung. Die Schöpferfreude fließt so mühelos durch euch hindurch wie euer Atem. Aus ihr gehen selbst die unbedeutendsten Bezirke eurer äußeren Erfahrungen hervor. Eure Gefühle sind elektromagnetische Lebensäußerungen, die nach außen dringen und sich sogar auf die Atmosphäre auswirken. Kraft, Anziehung gruppieren sie sich und bauen Erlebnisbereiche und Verhältnisse auf, die sich schließlich in Form von Gegenständen zu Materie verdichten oder zu Ereignissen, die zeitlich ablaufen. Raum und Zeit sind Grundvoraussetzungen. Beide, was nichts anderes heißt, als dass der Mensch beide in der Annahme akzeptiert, dass seine Realität in einer Folge von Augenblicken und einer Raumdimension wurzelt. Folglich wird eure innere Erfahrung auf diese Begriffe übersetzt. Saß die Puppe auf einer Kommode und auch diese wird lebhaft erinnert, dann lebt die Puppe auch im Raum, den sie einnahm, fort. Ob schon andere Gegenstände an ihre Stelle gerückt sein mögen. Ihr reagiert nicht nur auf das, was sichtbar im Raum vor euren Augen steht, oder auf das, was euch unmittelbar zeitlich bevorsteht, sondern auch auf Objekte und Ereignisse, die immer noch Realität für euch haben, obgleich sie scheinbar verschwunden sind, hier oder hinter euch liegen. Ihr macht euch eure eigene Realität. Es gibt keine andere Regel. Dies zu wissen ist das Geheimnis des Schöpferischen. 2. Die Realität und persönliche Überzeugungen Jeder Mensch erfährt seine eigene, einmalige Realität, die sich von der aller anderen unterscheidet. Diese Realität entspringt seiner inneren Seelenlandschaft, dem Humusboden seiner Gedanken, Gefühle, Erwartungen und Überzeugungen. Wenn ihr glaubt, dass euer Inneres Selbst gegen euch statt für euch arbeitet, dann behindert ihr seine Funktion. Oder ihr zwingt es aufgrund eurer Überzeugungen, sich auf bestimmte Weise zu verhalten. Euer Bewusstsein hätte eigentlich die Aufgabe, euch über eure Situation in der materiellen Realität reinen Wein einzuschenken. Es hätte durchaus den dazu notwendigen Klarblick, aber daran hindern es die Vorurteile eures falschen Denkens und Glaubens eure Überzeugungen. Eure Glaubensüberzeugungen können Barrieren um euch aufrichten. Es gibt jedoch eine gültige Wahrheit, die künstlich errichtete Wahrnehmungsbarrieren einreißt. Ein Axiom, das falsche und einengende Vorstellungen hinfällig macht. Und, das hier jetzt fettgedruckt kommt. Das Selbst ist unbegrenzt. Die Richtigkeit dieser Feststellung steht, unabhängig davon, ob ihr an diese Wahrheit glaubt oder nicht, fest. Dieses Axiom ist ein weiteres. Es gibt keine Schranken für das Selbst. Wo solche von euch empfunden werden, sind sie das Resultat falscher Glaubensüberzeugungen. Hier schließt sich die schon erwähnte Tatsache an. Ihr schafft euch eure eigene Realität. Will man sich selber in seinem inneren Sein erfassen, so kann man lernen, sich unmittelbar und unabhängig davon zu erfahren, was man bisher von sich selber geglaubt hat. Ich möchte, dass sich der Leser einmal entspannt hinsetzt. Er schließe die Augen und versuche, tief in seinem Inneren die bereits erörterte Gestimmtheit zu spüren. Das ist nicht schwierig. Das Wissen um das Vorhandensein solcher Gestimmtheit wird ihm helfen, ihre tiefen Rhythmen in sich aufzuspüren. Jeder Mensch wird die Gestimmtheit auf seine eigene Weise erfahren. Man mache sich deshalb keine Gedanken darüber, wie sie sich bemerkbar machen sollte, sondern man sage sich einfach, dass sie vorhanden ist und dass es sich aus den gewaltigen Energien des fleischgeborenen Seins konstituiert. Dann überlasse man sich dem Erlebnis. Wer an Begriffe wie Meditation gewöhnt ist, versuche das für den Augenblick zu vergessen. Man lasse alle Namen beiseite. Befreie sich von den eingeschliffenen Vorstellungen und gebe sich ganz der Erfahrung des eigenen Seins und der Dynamik der eigenen Lebenskraft hin. Man frage sich nicht, ist das auch richtig? Mache ich nicht was falsch? Fühle ich nicht, was ich fühlen sollte? Das in diesem Buch ist die erste Übung für euch. Ihr solltet dabei nicht auf die Maßstäbe anderer Leute zurückgreifen. Es gibt kein anderes Kriterium als euer eigenes Gefühl. Ich empfehle euch zeitlich nicht festzulegen. Die Erfahrung sollte angenehm sein. Nehmt sie, was immer geschieht, als euer Ureigenstes an. Die Übung wird euch zur Selbsterfahrung verhelfen. Sie wird euch zu euch selbst zurückführen. Immer wenn ihr nervös und aufgeregt seid, nehmt euch ein paar Minuten Zeit, um die Grundgestimmtheit in euch zu verspüren. Dann werdet ihr in eurer eigenen Mitte geborgen sein. Den Atem anzuhalten, bedeutet sterben. Der Atem ist die intimste und unentbehrlichste eurer körperlichen Funktionen. Und er muss aus euch heraus in die Welt überfließen. Die nicht ihr zu scheinen scheint. Physikalisch gesehen verlassen dauernd Teile von euch euren Körper und vermischen sich mit den Elementen. Ihr wisst ja, was geschieht, wenn Adrenalin in die Blutbahn ausgeschieden wird. Es stachelt euch auf und macht euch aktionsbereit. Auf der anderen Seite bleibt das Adrenalin jedoch nicht einfach in eurem Körper. Es wird in die Luft ausgeschieden und beeinflusst, ob schon in umgewandelter Form, die Atmosphäre. Eine jede eurer Gefühlsregungen setzt Hormone frei, die euch aber ebenso verlassen wie euer Atem. Und in diesem Sinne könnte man sagen, dass ihr Chemikalien an die Luft abgebt, die diese dann beeinflussen. Durch solche Wechselwirkungen werden dann Stürme verursacht. Ich wiederhole noch einmal, dass ihr euch eure eigene Realität schafft. Und dazu gehört auch das Wetter. Es stellt das kollektive Ergebnis eurer individuellen Reaktionen dar. Ich werde auf diesen Punkt an späterer Stelle noch sehr viel ausführlicher eingehen. Ihr lebt eure körperliche Existenz, um zu lernen und zu begreifen, dass eure Energie, die in Gefühle und Gedanken umgesetzt wird, alle Erfahrungen hervorbringt. Und zwar ohne Ausnahme. Habt ihr dies einmal begriffen, so geht es nur noch darum, dass ihr lernt, den Inhalt eurer Überzeugungen zu prüfen. Denn diese lassen euch automatisch auf festgelegte Weise empfinden und denken. Eure Emotionen richten sich nach euren Überzeugungen und nicht umgekehrt. Ich hoffe, ihr lernt mit der Zeit, alle Glaubenssätze zu verwerfen, die grundlegende Einschränkungen in sich schließen. Nun, wir werden später noch auf einige Ursachen eurer Glaubenssätze zu sprechen kommen. Für den Augenblick genügt es, dass ihr sie erkennt. Ich werde es einige einschränkende falsche Überzeugungen anführen. Sollten irgendwelche von ihnen mit euch Zustimmung finden, so ist das ein Bereich, an dem ihr arbeiten müsst. Und ich lese das jetzt in umgekehrter Konnotation vor. Denn es macht viel mehr Sinn, wenn man es gleich so benennen muss, wie es richtig ist. Also statt, das Leben ist ein Jammertal, das Leben ist ein Freudenberg. Der Körper ist hochwertig. Als Seelenvehikel ist er automatisch hochgradiert und rein. Ich bin mit meinen Lebensumständen, die sich voll in meiner Kontrolle befinden, nicht hilflos ausgeliefert. Ich bin nicht hilflos, weil meine Persönlichkeit und mein Charakter im Säuglingsalter geprägt wurden. Und ich bin auch nicht meiner Vergangenheit ausgeliefert. Ich bin auch nicht den Ereignissen früherer Leben anderer Inkarnationen, über die ich keine Kontrolle habe, ausgeliefert. Ich muss auch nicht für die Lieblosigkeiten, die ich in früheren Leben anderen angetan habe, büßen oder mich selber bestrafen. Ich brauche keine negativen Seiten meines Lebens aufgrund irgendeines Karmas. Die Menschen sind ihrem Wesen nach gut und zielen darauf aus, mich aufzubauen. Ich habe die Wahrheit nicht für mich gepachtet, beziehungsweise meine Interessensgruppe hat die Wahrheit auch nicht für sich gepachtet. Ich werde mit zunehmendem Alter stärker, kräftiger und gesünder. Mein Leben hängt von leiblichen Erfahrungen ab. Ja, okay. Mein Leben hängt von spirituellen, von höheren Erfahrungen ab. Stirbt mein Körper, so stirbt mit ihm auch mein Bewusstsein. Auch einer dieser falschen Glaubenssätze. Also ich habe das wirklich versucht hier umzukehren, dann ist es gleich viel besser. Man kann sich vorstellen, wie die Umkehrung war. Und dann noch, ich bin kränklich und weil ich schon immer Geld stinkt. Hier kehren wir es jetzt mal nicht um. Die Leute sind habgierig, weniger spirituell. Ich bin nicht kreativ, ich habe keine Fantasie. Ich kann nie tun, was ich möchte. Die Leute mögen mich nicht. Ich bin dick und ich bin ein Pechvogel. Genau, das sind neue Sachen, diese auszuradieren. Das sind Überzeugungen, die viele Leute zu Glaubenssätzen erheben und für Wahrheit. Was man für wahr hält, wird im Leben tatsächlich auch als wahr erfahren. Und wir werden hier versuchen mit einigen, mit solchen Konzepten aufzuräumen. Wir versuchen es nicht. Wir räumen mit diesen Konzepten auf. Das ist auch sehr hilfreich, wenn man das Wort versuchen aus seinem Wortschatz streicht. Und ich versuche hier etwas auch umzuformulierendes. Ihr seid nicht da, um über die Misere des menschlichen Daseins zu jammern. Ihr müsst euch eurer eigenen Bewusstseinsinhalte bewusst werden und ihre Zweideutigkeiten entdecken. Unabhängig von der Natur eurer Überzeugungen werden sie sich nämlich in Fleisch und Stoff verwandeln. Das Wunder, das ihr seid, kann sich selbst nicht entfliehen. Eure Gedanken entfalten sich in Gestalt von Ereignissen. Wenn ihr die Welt für schlecht haltet, dann werden euch Dinge widerfahren, die schlecht zu sein scheinen. Es gibt weder im kosmischen Sinn noch im Sinne der euch bekannten Welt Zufälle. Eure Überzeugungen entfalten sich in Raum und Zeit, so organisch wie Pflanzen. Wenn ihr das einmal wisst, könnt ihr sie sogar bei ihrem Wachstum beobachten. Ihr müsst davon überzeugt sein, dass ihr eure Erfahrungen ändern könnt. Ihr müsst bereit sein, die Probe aufs Exempel zu machen. Betrachtet eine euch einschränkende Vorstellung wie eine schmutzige Farbe und euer Leben wie ein multidimensionales Gemälde, da das durch sie verschandelt wird. Ihr wechselt eure Vorstellung aus, wie der Maler seine Palette. Ein Maler identifiziert sich nicht mit den Farben, die er verwendet. Er weiß, dass er sie auswählt und mit seinem Pinsel aufträgt. Auf die gleiche Weise malt ihr eure Realität mit euren Vorstellungen. Ihr seid nicht eure Vorstellungen und nicht einmal eure Gedanken. Ihr seid das Selbst, das sie erfährt. Wenn ein Maler am Ende des Tages seine Hände mit Farben befleckt hat, dann kann er die Flecken leicht abwaschen, denn er weiß, was sie sind. Wenn ihr glaubt, dass eure einschränkenden Überzeugungen ein Teil von euch seien und daher euch für immer anhängen, dann kommt ihr nicht auf den Gedanken, sie abzuwaschen. Stattdessen gebärdet ihr euch wie ein verrückter Maler, der sagt, meine Farben sind Teil meiner selbst. Sie haben meine Finger befleckt und ich kann dagegen nichts tun. Die falschen Glaubensüberzeugungen müssen ausgemerzt werden, damit sich das Bewusstsein seines Ursprungs erinnern und sich den gewaltigen Kraftströmen seiner eigenen Innenwelt öffnen kann. Das Ich ist sozusagen ein Seitenzweig des Bewusstseins. Das Bewusstsein ist wie eine riesige Kamera, bei der Einstellung und Bildaufnahme vom Ich gesteuert werden. Sich selbst überlassen, tauchen jeweils andere Anteile eures Wesens auf, um das Ich aufzubauen, umzuordnen und umzugestalten. Während eine wundervolle Spontanität und Einheitsempfindung aufrechterhalten werden. Oft trefft ihr die ganz bewusste Entscheidung, eine Eingebung, die euch zu einer Verhaltensänderung bewegen könnte, zu begraben, weil sie zu bestimmten bereits vorhandenen, euch einengenden Ideen nicht passt. Achtet auf eure Gedankengänge während des Tages. Welche Vorstellungen und Suggestionen bringt ihr hervor? Ihr müsst wissen, dass diese als persönliche Erfahrungen in eurem Leben zur Geltung kommen werden. Viele sehr einengende Vorstellungen schleichen sich unbemerkt unter dem Deckmantel des Guten ein. Ihr kommt euch vielleicht sehr tugendhaft vor, weil ihr beispielsweise das Böse oder das, was euch als Böse erscheint, verabscheut. Wenn ihr euch aber, indem ihr es verabscheut, gefühlsmäßig auf das Böse konzentriert, dann erzeugt ihr es neu. Wenn ihr arm seid, macht eure Bedrängtheit vielleicht selbstgerecht und ihr blickt mit Verachtung auf die, die reich sind. Ihr redet euch selber ein, das geldet für Schlechter sei, und verfestigt dadurch den Zustand eurer Armut. Seid ihr krank, so denkt ihr dauernd an eure elende Verfassung. Ihr beneidet die Gesunden, beklagt euren Zustand und macht euch somit Kraft und macht diesen somit Kraft eures Denkens dauerhaft. Wenn ihr ständig an eure Beschränkungen denkt, dann begegnen sie euch. Ihr müsst in eurem Geist neue Bilder entstehen lassen. Wenn ihr den Krieg hasst, bringt euch das keinen Frieden. Ein weiteres Beispiel. Nur die Liebe zum Frieden kann Frieden erzeugen. Wenn ihr zum Beispiel krank seid, so hat das einen Grund. Um völlig gesund zu werden, ohne neue Symptome zu entwickeln, müsst ihr den Grund herausfinden. Eure Krankheit missfällt euch vielleicht, aber ihr habt euch für diesen Kurs trotzdem entschieden. Und solange ihr von seiner Notwendigkeit überzeugt seid, werden euch Symptome anhaften. Nun können diese entweder aus einer bestimmten Überzeugung erwachsen oder durch ein Komplex in sich zusammenhängender Überzeugungen verursacht sein. Eure zu Glaubenssätzen verhärteten Überzeugungen werden euch natürlich nicht als solche empfunden, sondern als Realitäten. Habt ihr jedoch einmal begriffen, dass ihr die Realität gestaltet, dann müsst ihr mit dem Überprüfen dieser Glaubenssätze beginnen, indem ihr eurem Bewusstsein Freiraum gebt, seine eigenen Inhalte unter die Lupe zu nehmen. Wir werden über Gesundheit und Krankheit in dem Buch später noch eingehender sprechen. Eine Feststellung jedoch vorweg, nämlich, dass die Psychoanalyse häufig nur ein Versteckspiel ist, bei dem die Verantwortung für die persönliche Realität und eigenes Handeln abgeschoben und die Grundursache aller Störungen irgendeinem Bereich der Psyche zugeschrieben wird, der sich im finsteren Dschungel der Vergangenheit verbirgt. Dann macht es euch zur Aufgabe, dieses Geheimnis zu entdecken. Dabei kommt ihr nie auf den Gedanken, im Bewusstsein nach ihm zu forschen, denn ihr seid ja fest davon überzeugt, dass alle Lösungen tief unten liegen. Dass euer Bewusstsein nicht bloß unfähig ist, euch behilflich zu sein, sondern mit Vorliebe auch noch Attrappen vorschiebt. So spielt ihr also Verstecken. Sofern es euch gelingt, eure Überzeugungen in jenem selbstbetrügerischen System zu verändern, da dient euch ein jedes passende dieser vergessenen Ereignisse der Vergangenheit als Katalysator und eins ist so gut wie das andere. Die fundamentalen Überzeugungen waren schon immer in eurem Bewusstsein und die Ursache eures Verhaltens. Ihr habt einfach eure Bewusstseinsinhalte nicht untersucht und nicht erkannt, dass eure Glaubensmeinungen nicht notwendigerweise Realitäten repräsentieren, sondern nur eure Vorstellung derselben. Außerdem werdet ihr in der Psychoanalyse darauf programmiert zu glauben, dass das Unbewusste als Quelle solch dunkler Geheimnisse keinen guten Nährboden für Kreativität und Inspiration geben kann. Infolgedessen entfällt die Hilfe, die euch euer innerstes Selbst aus eurem Bewusstsein leisten kann. Euch soll damit nicht gesagt sein, dass ihr den Inhalt eures Denkens und Glaubens so häufig und intensiv überprüfen sollt, dass ihr euch dabei selber im Wege steht. Aber ihr seid nicht bei voller Bewusstheit, wenn ihr die Inhalte eures Bewusstseins nicht kennt. Ich muss auch nochmal betonen, dass Bewusstsein dafür eingerichtet ist, Informationen vom Inneren Selbst wie auch von der Außenwelt zu empfangen. Ich empfehle euch nicht etwa, eure Gedanken oder Gefühle zu hemmen. Ich fordere lediglich dazu auf, dass ihr euch derer, die da sind, bewusst werdet. Seid euch darüber klar, dass eure körperlich-materiellen Erfahrungen und eure Umwelt eine Vergegenständlichung eurer Glaubensüberzeugungen darstellen. Wenn ihr in ihnen die Zeichen überschäumender Lebensfreude, körperlicher und seelischer Gesundheit, erfolgreicher Arbeit, des Überflusses und lächelnde Gesichter um euch herum vorfindet, dann könnt ihr sicher sein, dass eure Überzeugungen förderlich sind. Fehlt es aber an der Gesundheit, an sinnvoller Arbeit, an Fülle und Überfluss und umgibt euch eine Welt von Sorgen und Übeln, dann müsst ihr den Schluss ziehen, dass mit euren Glaubensüberzeugungen etwas nicht stimmt. Und ihr müsst diese überprüfen. 3. Suggestion, Telepathie und die Gruppierung der Glaubenssätze Ihr seid Sender und Empfänger zugleich. Weil eure Vorstellungen elektromagnetische Energie sind, strahlen eure Überzeugungen aufgrund ihrer Intensität sehr stark aus. Dank der organisatorischen Struktur eures eigenen psychologischen Naturells kommen ähnliche Überzeugungen zusammen und ihr nehmt diejenigen bereitwillig an, mit denen ihr übereinstimmt. Einengende Vorstellungen prädisponieren euch also, andere, ähnlich geartete, zu akzeptieren. Ebenso ziehen enthusiastische Vorstellungen, die Freiheit, Spontanität und Freude beinhalten, automatisch andere, gleichartige an. Gesetz der Analogie Es findet daher sowohl telepathisch als auch bewusst ein ständiger, wechselseitiger Gedankenaustausch zwischen euch und anderen statt. Und dieser Austausch richtet sich wiederum nach euren bewussten Überzeugungen. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass das Bewusstsein spontan ist. Es hat Freude daran, mit seinen eigenen Inhalten zu spielen. Deshalb empfehle ich euch weder eine strenge Geistesdisziplin noch eine ständige Selbstbeobachtung. Ich spreche lediglich von Gegenmaßnahmen, von denen ihr im Leben Gebrauch machen könnt, wenn schlechte Erfahrungen euch naheliegen. Telepathie, Kommunikation findet fortwährend statt. Sie bleibt im Allgemeinen nur darum auf unbewusster Ebene, weil euer Bewusstsein noch in der Entwicklung begriffen ist. Es ist außerstande, all diese Informationen zu erfassen, die euch zur Verfügung stehen. Sind eure Vorstellungen zuversichtlich, dann reagiert ihr auf ähnlich geartete telepathische Informationen, selbst wenn sich dies nur auf unbewusster Ebene vollzieht. Wie ich schon früher erwähnt habe, sendet ihr Informationen, die euch telepathisch zufließen, nach außen. Und andere Menschen reagieren auf diese entsprechend. Eine Familie kann sich unter die Erfahrung der Freude, der Fröhlichkeit und Spontanität fördern, indem sie sich auf Vorstellungen von Vitalität, Kraft und Kreativität konzentriert. Ihr bekommt, worauf ihr euch konzentriert. Es gibt keine andere Grundregel. Viertens. Fantasie, Glaubenssätze und deren Ursprung. Ihr wisst ja, dass Ideen keine feststehenden Größen sind. Emotionen und Fantasien lenken sie in die eine oder andere Richtung, verstärken sie oder heben sie auf. Absichtlich kann man von seinem Bewusstsein einen spielerischen Gebrauch machen. Man erfindet ein Spiel, bei dem man ähnlich einem Kind vorübergehend total ignoriert, was nach physischen Kriterien wirklich zu sein scheint. und man tut so, als wäre das gewünschte Real. Ist man arm, tut man absichtlich so, als hätte man alles Geld, das man braucht. Man malt sich aus, wie man das Geld ausgeben würde. Ist man krank, stellt man sich spielerisch vor, man sei geheilt. Man sieht sich tun, was man dann tun würde. Wenn man sich anderen nicht mitteilen kann, dann denkt man sich, wie es wäre, wenn das überhaupt kein Problem wäre. Kommt einem das Leben trist und sinnentleert vor, denkt man sich, es sei erfüllt und voll Freude. So wie die negativen Glaubenssätze eine Weile gebraucht haben, bis sie im Leben zur Geltung kamen, so kann auch etwas Zeit verstreichen, bevor ihr positive Resultate zu sehen bekommt. Doch die neuen Vorstellungen werden sich in euch festsetzen und eure Erfahrungswelt ebenso, ebenso sicher verändern, wie vormals die alten. Eure Imagination könnt ihr euch aber auch entdecken lassen, dass ihr gleichzeitig zwei widersprüchlichen Vorstellungen Raum gegeben habt, und zwar mit der gleichen Intensität. Dann habt ihr euch natürlich selber blockiert. Ihr seid vielleicht überzeugt, ihr hättet ein Recht auf Gesundheit und glaubt dabei ebenso intensiv, die menschliche Natur sei von Natur aus morbide. Ihr werdet also versuchen, gleichzeitig gesund und nicht gesund, oder erfolgreich und nicht erfolgreich zu sein, und zwar eurem individuellen Glaubenssystem entsprechend. Eine lange Periode der Depressivität kommt nicht einfach so über euch. Eure Emotionen lassen euch nicht im Stich. Vielmehr habt ihr über längere Zeit bewusst negative Glaubenssätze genährt, die in euch diese Gefühle der Mutlosigkeit erzeugt haben. Ihr seid euren Emotionen aber nicht auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Euer Bewusstsein ist imstande, die materielle Umwelt klar zu erfassen, und seine Urteile über die Umwelt aktivieren dann körperliche Mechanismen, die die richtigen Reaktionen und Emotionen auslösen. Wenn eure Glaubenssätze in Bezug auf die menschliche Existenz Angst betont sind, dann werden eure Gefühlsreaktionen euch in einen Stresszustand hineinführen. In einem solchen Fall sind eure persönlichen Werturteile revisionsbedürftig. Eure Fantasie heizt natürlich eure Emotionen an, und sie selber richtet sich getreulich nach euren Glaubenssätzen. So wie ihr denkt, so fühlt ihr auch, und nicht umgekehrt. Wenn ihr glaubt, ihr seid krank, dann seid ihr auch krank. Haltet ihr euch für gesund, dann seid ihr gesund. Es ist viel über die Natur des Heilens geschrieben worden, und in diesem Buch wird es noch Material geben, das sich damit auseinandersetzt, aber es gibt auch ein Heilen mit umgekehrten Vorzeichen. Wenn ein Mensch den Glauben an seine Gesundheit verliert und sich stattdessen die Vorstellung persönlicher Krankheit zulegt. Fast jedermann kennt heutzutage die Suggestionsformel Es geht mir jeden Tag immer besser und besser. Das ist eine ausgezeichnete Suggestion. Euer bewusstes Selbst kann sie jederzeit anderen Anteilen eures Wesens erteilen. Der Erfolg dieser Suggestion hängt allerdings auch von euren Glaubenssätzen ab. Ich habe mich bereits des Beispiels des Ich bin ein verantwortungsbewusster Elternteil bedient. Wenn dies für euch die Bedeutung hat, ich lege großen Wert darauf, dass sich meine Kinder die Zähne putzen, genügend essen, sich anständig benehmen, dann werdet ihr den Kern der Suggestionsformel immer besser und besser in diesem Lichte interpretieren. Wenn ihr in diesem Glaubenssatz zufolge überzeugt seid, dass die Liebe für eure Kinder am besten auf diese Weise zum Ausdruck gebracht wird, wenn es euch peinlich ist, eure Zärtlichkeit direkter zu zeigen, dann kann die Suggestion besser und besser euch in diesem Glaubenssatz nur bestärken. Wenn ihr aber, um beim Beispiel zu bleiben, eure Situation plötzlich erkennen und anfangen solltet, eure Liebe den Kindern direkter zu zeigen, werden sie wahrscheinlich überrascht, erfreut, aber auch verwirrt reagieren. Sie brauchen dann vielleicht etwas Zeit, um eure neue Einstellung zu begreifen. Aber so wie die alte Realität in sich kohärent war, wird es auch die neue sein. Deshalb müsst ihr eure Glaubenssätze erkennen und prüfen. Ihr müsst euch klar darüber sein, dass sie eure Erfahrungen prägen. Und ihr müsst ganz bewusst diejenigen ändern, die unerwünschte Wirkung haben. Und hier muss ich einfügen, es ist ein absoluter Glaubenssatz zu meinen, dass man genügend Essen braucht, damit es einem gut geht. Es ist das Gegenteil der Fall. Es ist sowas von bestätigt. Dieses hast du genug gegessen und sich absolut vollfüllen ist absolut konträr zur höherdimensionalen Entwicklung. Und der Mensch verhungert nicht, wenn er nichts isst. Ganz im Gegenteil, das ist alles Frequenz. Also es ist nur, wer den Glaubenssatz hat, dass man damit stirbt, daher kommen ja auch die Bilder, die man uns mitgeteilt hat. Ideen gestalten die Welt nicht nur ständig um, sie schaffen sie ständig neu. Kapitel 5 Die ständige Neuschöpfung des materiellen Körpers Ihr alle habt einen Körper und ein Bewusstsein. Ihr könnt mit Ideen experimentieren, indem ihr sie auf euren Körper anwendet. Für den Augenblick setzen wir mal voraus, dass ihr euch nicht gleich eineinhalb Meter größer machen wollt, als andere Erwachsene sind. Andernfalls würdet ihr an die Grenzen bestimmter Gesetze stoßen. Ich werde darauf später noch eingehen. In diesem Zusammenhang könntet ihr sogar größer wirken und auf andere den Eindruck machen, als wärt ihr größer. Und darauf kommt es euch ja gewöhnlich an. Mit Ausnahmen bestimmter Umstände, die später noch erwähnt werden, könnt ihr gesund werden, wenn ihr krank seid, schlank, wenn ihr Übergewicht habt. Ihr könnt auch zunehmen, wenn ihr das wünscht. Überhaupt könnt ihr euer äußeres Erscheinungsbild aufgrund eurer Ideen und Glaubenssätze tiefgehend verändern. Da kann ich jetzt gerade nur Berichte einschieben nach vier Monaten Lichtnahrung und quasi nichts essen, nur Honig und nicht viel bewegen, nicht viel Sport, nicht. Klar, man ist hier und da noch, aber absolut Gewichtserhalt, nicht abgenommen, Muskeln, Stärke, ich könnte jeden Tag immer noch Bäume ausreißen und jede, jede, jede starke, kraftvolle Arbeit machen, wie vorher auch, wie den ganzen Tag und noch viel mehr Energie, weil du nicht mehr 70% von dem, was wir essen, geht in Verdauungsenergie und macht uns müde und schlapp und Wiedervollstopfen und naja, das sind alles Glaubenssätze. Du redest mit deinem Körper, wie es ihn haben willst, du fühlst es und du bist es. Nun, ihr gebt euch ständig Selbstsuggestionen euren Körper, eure Gesundheit oder auch eure Krankheit betreffend. Ihr denkt demnach häufig an euren Körper. Euer Bewusstsein sendet dem Inneren Selbst einen ganzen Schwall von Vorstellungen und Instruktionen durch, die dann auf euer körperliches Erscheinungsbild wirken. Nun kommt den Gedanken im Allgemeinen eine elektromagnetische Realität zu. Sie haben aber auch, ob ihr das wisst oder nicht, eine innere Tonqualität. Ihr kennt die Bedeutung des äußeren Tons. Er ist ein Kommunikationsmittel, ist aber auch das Nebenprodukt anderer Ereignisse und wirkt sich auf die materielle Atmosphäre aus. Das gleiche gilt auch für das, was ich den inneren Ton nennen möchte. Der Ton, der eure Gedanken in eurem Kopf erzeugen. Hiermit sind nicht etwa Körpergeräusche gemeint. Innere Töne üben auf euren Körper einen noch stärkeren Einfluss aus als äußere Töne. Sie wirken auf Atome und Moleküle ein, aus denen eure Zellen aufgebaut sind. Mit einer gewissen Berechtigung könnte man sagen, dass ihr durch sie mit eurem Körper redet. Nur handelt es sich dabei um ein inneres Reden. Die gleiche Art von Ton hat einst die Pyramiden erbaut. Das muss man auch mehr auf der Zunge da gehen lassen, weil genau so ist es. Die gleiche Art von Ton hat einst die Pyramiden erbaut. Und zwar war das kein Ton, der mit körperlichen Ohren wahrnehmbar wäre. Der gleiche innere Ton formt euer Fleisch und eure Knochen. Der Ton existiert in Verbindung mit, aber auch wieder ganz unabhängig von den mentalen Worten, die ihr beim Denken verwendet. Es spielt zum Beispiel gar keine Rolle, in welcher Sprache ihr mit euch redet. Der Ton wird von der Absicht geformt und die gleiche Absicht übt auf den Körper die gleiche Tonwirkung aus, unabhängig von den verwendeten Wörtern. Die innere Tonqualität oder Suggestion leitet die körperliche Erholung ganz automatisch ein. Es ist heute große Mode, sich über Lärmbelästigung den Kopf zu zerbrechen. Die gleichen Probleme können aber auch mit dem inneren Ton auftreten, besonders wenn eure Gedankengänge unstimmig, verworren und ziellos sind. Dann werden dem Körper diverse, höchst widersprüchliche Instruktionen erteilt. Ihr müsst nämlich wissen, dass sich euer Körpermilieu ständig verändert und dass ihr es selbst seid, die solche Veränderungen herbeiführen. Veränderungen sind zwar unbedingt nötig und in der Regel bleibt das allgemeine Gleichgewicht des Körpers dabei aufrechterhalten. Doch die Anweisungen, die ihr gebt, sind häufig nicht klar und nicht zuträglich. Eure Glaubenssätze bestimmen weitgehend, welche Art von Informationen euer Körpermilieu von euch empfängt. Ihr habt die Mittel an der Hand, eure Gesundheit sicherzustellen. Mein Freund Josef, das ist James Mann, hat eine diesbezügliche Frage vor unserer Sitzung aufgeworfen. Er wollte wissen, warum so viele Leute in den Vereinigten Staaten von Amerika Brillenträger sind. Er hat sich gefragt, ob Menschen, die nie etwas von Brillen gehört hatten und plötzlich mit solchen bekannt gemacht würden, ein Bedürfnis nach einer Brille entwickeln würden. Und das ist tatsächlich der Fall. Vielen Menschen wird schon im kindlichen Alter eine Brille verpasst. Sie soll einen Augenfehler ausgleichen. Würde man die Augen sich selbst überlassen, so würde sie sich in vielen Fällen von selbst berichtigen. Die Brille kann tatsächlich eine solche Selbstkorrektur verhindern, indem sie eine Krücke darstellt, die dann die Augenmuskeln noch weiter schwächt und diesen Zustand endgültig macht. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass nur Augenlaser ein schwaches Seelenvermögen korrigieren können, dann werden auch Augengläser oder ein Laser notwendig sein. Das ist eure Überzeugung. Um gesund zu sein, muss man an die Gesundheit erst glauben. Ein guter Arzt ist ein Glaubenssatzwandler. Er wird eine Krankheitsvorstellung durch eine Gesundheitsvorstellung ersetzen. Welche Methoden oder Medikamente er auch immer anwenden mag, diese werden wirkungslos bleiben, solange dieser Glaubenssatzwandel nicht stattfindet. Die alten Medizinmänner haben sich oft viel konkreter mit dem Patienten selbst befasst und waren sich über die Natur der Glaubenssätze und die vorrangige Bedeutung der Suggestion durchaus im Klaren. Manche ihrer Techniken wurden um ihre psychologischen Schockwirkung willen eingeführt, wobei der Patient aus der Krankheit, die er zu haben glaubte, mittels Gehirnwäsche höchst wirkungsvoll heraus suggeriert wurde. Heraus suggerieren durch Gehirnwäsche. Fantastisch. Der Placebo-Effekt allein ist einer der größten Witze unseres Gesundheitssystems, dass er funktioniert. Ja, die ersten Schritte hier sind ein großes Problem, denn der Arzt schiebt seine eigenen Gefühle der Hilflosigkeit auf den Patienten und er bestätigt ihn in seinem Krankheitsbild. Die Wechselwirkung setzt sich dann fort, sodass der Patient nur von einer Symptomgruppe auf die andere überwechselt. So teilt der Arzt den unerschütterlichen Glauben an eine schlechte Krankheit. Und nicht nur das, die Ärzteschaft stellt häufig selbst die Pläne für neue Krankheiten her, die jeder Patient dann oft genug am eigenen Leibe ausprobiert. Und wegen des hohen Ansehens das Ärzte genießen ist eh klar. Die Benennung und Ethikierung von Krankheiten ist eine schädliche Praktik, weil sie weitgehend die angebotene und stets präsente Wandlungsfähigkeit der sich im Fleisch manifestierenden Psyche in Abrede stellt. Es könnte sich verinnern, es könnte das zu benennen, ist absolut schädlich. Man sagt euch, ihr hättet etwas und aus heiterem Himmel hat euch und eure vielleicht geschütztesten Organe etwas befallen. Der Patient fühlt sich demzufolge meist ziemlich hilflos und jedem daherstreunenden Virus auf Gedeih oder Verderb ausgeliefert. Tatsache ist jedoch, dass ihr euch den Typ eurer Krankheit entsprechend der Natur eurer Glaubenssätze selber auswählt. Ihr seid gegen Krankheit immun, solange ihr von eurer Immunität überzeugt seid. Das muss man ja nochmal wiederholen. Ihr seid gegen Krankheit immun, solange ihr davon überzeugt seid. Gleichgewichtsstörungen bringen das automatisch wieder ins Lot. Bloß wirken sich eure bewussten Glaubenssätze auch auf dieses Körperbewusstsein aus. Eure Muskeln glauben, was sie ihnen über sie mitteilt. Das gleiche gilt für jeden anderen Teil eures Körpers. In solchem Falle werdet ihr einsehen, dass eure zuvor schlechte Gesundheit von verhängnisvollen Glaubenssätzen verursacht wurde. Wenn ihr irgendein körperliches Problem habt, konzentriert euch ganz auf die gesunden Körperteile und die intakten Körperfunktionen. In den gesunden Partien arbeiten nämlich eure Glaubenssätze für euch. Wie schon erwähnt, ist der innere Ton äußerst wichtig. Jedem Atom und jedem Molekül in eurem Körper kommt seine eigene Realität in Form von Tonqualitäten zu, die für euer körperliches Ohr nicht wahrnehmbar sind. Jedes einzelne Körperorgan hat also auch seine eigene einmalige Tonqualität. Wenn was nicht stimmt, dann sind auch die inneren Töne miteinander in Missklang. Die disharmonischen Töne haben sich infolge des inneren Tons eurer im Bewusstsein verankerten Glaubenssätze in der kranken Körperpartie festgesetzt. Darum ist es so wesentlich, dass ihr diese inneren Töne nicht auch noch verstärkt, indem ihr die negativen Suggestionen für euch wiederholt. Verbale Suggestionen werden in den inneren Ton übersetzt. Dieser durchdringt euren Körper auf ähnliche Weise wie bestimmte Arten des Lichts. Eure Gedanken streben immer danach sich zu materialisieren. Sie sind auch Bilder in Statut Nascendi Energiesammler. Sie bauen ihre eigene embryonale Gestalt auf, bis diese auf die eine oder andere Weise materielle Übersetzung findet. Vorstellungsbilder sind darum sehr mächtig, weil sie den inneren Ton und dessen Auswirkungen mit klaren geistigen Bildern, die körperlich Form anzunehmen versuchen, verbinden. Eure Einbildungskraft fügt dann zu solchen Bildern noch Motivation und Schwungkraft hinzu. Und deshalb werdet ihr finden, dass viele eure Glaubenssätze von innerlich visuellen Mitteln getragen und aufrechterhalten werden. Sie sind mit Vorstellungsbildern verbunden. Ein solches Bild kann einen bestimmten Glaubenssatz repräsentieren oder auch mehrere. Wenn ihr euch einige eurer Glaubenssätze vergegenwärtigt, werdet ihr einige dieser Bilder in euch aufsteigen fühlen. Betrachtet sie dann wie ein Gemälde, das ihr geschaffen habt. Wenn euch das, was ihr seht, nicht gefällt, so ändert euer Vorstellungsbild. Werft es weg, ersetzt es doch ein Neues. Es sind dies zwar innere Bilder, aber da sie so sehr euren Glaubenssätzen verhaftet sind, werdet ihr ihnen auch in äußerer Form als Erfahrung begegnen. Eure Glaubenssätze sind eure Palette, um nochmal das Analogie der Malerei zu verwenden. Eigentlich ist es der Ton eurer Gedanken, den ihr als Mittel verwendet. Dies ist jedoch weit mehr als eine bloße Analogie, denn so wird auf eine einfache Weise ganz klar, wie eure Glaubenssätze die Realität gestolten. In ruhigen Augenblicken das Wort langsam, entweder im Geist oder laut ausgesprochen, trägt dazu bei, euren körperlichen Allgemeinzustand zu verbessern. Die Silbe enthält nämlich einen einprogrammierten Impuls, der zu Energie und Wohlbefinden führt. In der Chromosomenstruktur der DNA sind bestimmte Eigenschaften gegeben, die durch spezifische innere Tonqualitäten aktiviert werden müssen. Findet eine solche Aktivierung nicht statt, dann bleiben die Eigenschaften in den Chromosomen latent, also nicht aktiviert. Diese Tonqualitäten sind buchstäblich in einem elektromagnetischen Muster miteinander verwoben. Die Töne weben sich durch alles hindurch. und tragen zur Bildung des Musters bei. Außerdem bewirkt die Zellaktivität im Körper etwas, das sich als winzige innere Tonexplosionen beschreiben ließ. Auf die elektromagnetischen Kräfte und inneren Töne wirken bestimmte Lichtwellen ein. Sie formen insgesamt gleichsam den Prototyp, auf dem und aus dem heraus dann der leibliche Körper aufgebaut wird. Nun, wenn ihr in eurem Geiste ein Vorstellungsbild erzeugt, so setzt sich dieses aus den eben erwähnten Komponenten zusammen. Ein Vorstellungsbild ist also gleichfalls ein inneres Tonmuster mit elektromagnetischen Eigenschaften, die von bestimmten Lichtqualitäten durchdrungen sind. In einem gewissen Sinn, der dazu noch sehr real ist, stellt das Vorstellungsbild tatsächlich Materie in Statu Nascendi dar. Und jede so aufgebaute Struktur, in der sich elektromagnetische Ton- und Lichtqualitäten miteinander verbinden, wird sozusagen autonom bestrebt sein, sich in eurer körperlichen Existenz der materiellen Welt zu reproduzieren. Es besteht also eine ausgeprägte Verbindung zwischen der Natur solcher Bilder und der Beschaffenheit eures Körpers. Der Körper wird also zu euren Lebzeiten oder dem, was ihr darunter versteht, fortwährend neu erschaffen. Er ist kein fertig produzierter Automat, der sich dann selbst überlassen bleibt. Im Gegensatz zu der herkömmlichen Schulmeinung ist euch nicht bei der Geburt ein bestimmtes Maß an Lebenskraft zugeteilt wurden, dass ihr im Lauf der Zeit aufbraucht. Die Atome und Moleküle in euch gehen buchstäblich zugrunde und werden laufend durch andere ersetzt. Ihr werdet in jedem Augenblick körperlich neu erschaffen. Nun, bevor ihr irgendetwas körperlich wahrnehmt, tut ihr es auf diesem inneren Wege. Die innere Wahrnehmung aktiviert die äußere. Wenn ihr körperliche Bewegung oder Aktivität äußere Ereignisse oder Erscheinungen beobachtet, so werdet ihr euch des Schwanzendes einer langen inneren Wahrnehmungskette bewusst. Ich möchte sagen, dass alle äußeren Ereignisse sowie euer Körper mitsamt seinen Eingeweiden alles, was in eurer Erscheinungswelt ist und lebt, die Außenstrukturen von inneren Strukturen sind, die aus innerem Ton und unsichtbar im Licht bestehend von elektromagnetischen Mustern durchwoben sind. Auf der inneren Ebene, von der ich sprach, sind alle Ereignisse und alle Individuen miteinander verbunden. Eine Bewegung oder Veränderung, die sich bei dem einen vollzieht, wirkt sich auf andere aus. Eure Gedanken und Überzeugungen, denen die gleiche Art innerer Realität zukommt, verändern ebenfalls das innere Milieu anderer Menschen. Fantasie und Emotion sind die konzentriertesten Energieformen, über die ihr als körperliche Wesen verfügt. Jede starke Gefühl ist der Träger von weit größeren Energien, als beispielsweise erforderlich wäre, um eine Rakete auf den Mond zu schicken. Jede starke Gefühl ist stärker als was du brauchst, um eine Rakete auf den Mond zu schicken. Emotionen schicken anstelle einer Rakete Gedanken aus dieser inneren Realität durch die Schranke hindurch, die das Nichtkörperliche von dem körperlichen trennt, in die objektive Welt. Keine geringere Leistung und noch dazu eine, die sich dauernd wiederholt. Kapitel 6 Gegensätzliche Glaubenssätze und deren Macht Ihr lebt eure Glaubenssätze und erlebt deren Macht. Eure zu Glaubenssätzen verdichteten Überzeugungen können euer Sehvermögen oder jedes andere Sinnesorgan verbessern oder verschlechtern. Wenn ihr zum Beispiel fest daran glaubt, dass ab einem bestimmten Alter das Gehör nachlässt, dann wird es nachlassen. Ihr werdet von dieser Fähigkeit immer weniger Gebrauch machen, werdet unbewusst eure Aufmerksamkeit kompensatorisch auf die anderen Sinne richten und ihr werdet euch immer weniger auf euer Gehör verlassen, bis diese Funktion tatsächlich verkümmert. All die unscheinbaren Manipulationen, die zum Hören notwendig sind, werden unbewusst unterdrückt. Der körperliche Verfall ist die Folge. Der Verfall tritt aber nicht zuerst, sondern als Folge ein. Andererseits könntet ihr auch daran glauben, dass die Weisheit mit dem Alter zunimmt, dass ein neues Selbstverständnis euch einem bisher unbekannten Seelenfrieden beschert, dass ein wacher Geist die Umwelt tatsächlich weit besser einzuschätzen vermag und dass eure Sinne alle Reize viel besser zu würdigen wissen. Dem wird eure Lebenserfahrung entsprechen. Ihr müsst euch immer wieder klar machen, dass eure Ideen und Vorstellungen nicht als Sie sind elektromagnetische Realitäten. Sie wirken sich auf eure materielle Natur aus und werden durch euer Nervensystem ganz automatisch verstofflicht und in entsprechende Erfahrungen übersetzt. Ihr müsst lernen mit euren Glaubenssätzen euch direkt auseinander zu setzen sonst seid ihr später gezwungen euch mit ihnen indirekt auseinander zu setzen indem ihr ohne es zu wissen in eurer materiellen Erfahrungswelt auf sie reagiert. Wenn ihr über eine euch nicht freundliche Umwelt über Situationen oder Lebensbedingungen klagt so handelt ihr nicht unabhängig sondern reagiert einfach blind. Ihr reagiert auf Dinge die euch scheinbar passieren und zwar immer als Echo auf eine Situation. Um unabhängig zu handeln müsst ihr anfangen erwünschte äußere Entwicklungen in die Wege zu leiten indem er sie innerlich erschafft. Dies lässt sich dadurch bewerkstelligen dass man Glauben Gefühl und Imagination kombiniert und diese zu einem Vorstellungsbild des ersehnten Zustands gestaltet. Kapitel 7 das lebendige Fleisch oft überborden Menschen mit Ideen und vergessen dabei dass diese ihre eigene Lebenskraft haben sie trennen was zu trennen unmöglich ist sie betrachten Ideen als geistiges Eigentum das von ihrer Körpervorstellung völlig losgelöst ist sie glauben dass die Ideen in ihrem Kopf zu Hause sind der Körper ist eine lebendige Materialisation eurer Ideen diese eure Ideen formen den aktiven empfänglichen lebendigen Körper der Körper ist nicht einfach ein Werkzeug das man sich bedient er ist nicht bloß ein Vehikel für den Geist er ist der Geist im Fleisch ihr bürdet ihm eure Ideen auf und beeinflusst weitgehend Gesundheit und Wohlergehen aufgrund eurer zu Glaubenssätzen verdichteten Überzeugungen doch der Körper ist aus lebendigen empfänglichen Molekülen und Atomen zusammengesetzt diese haben ihr eigenes lebendiges Bewusstsein in der Materie einen Selbsterhaltungstrieb und den Drang im Rahmen ihrer eigenen Natur sie selbst zu sein sie bilden die Zellen und diese fügen sich ihrerseits zu Organen zusammen die Organe tragen die kombinierten Bewusstseinseinheiten einer jeden einzelnen Zelle in sich und auf diese Weise spüren die Organe ihre eigene Identität es gibt keinen Unterschied zwischen der Energie die eure Ideen gestaltet und der Energie die eine Blume wachsen lässt oder einen Finger hält den euch verbrannt hat die Seele existiert nicht getrennt von der Natur sie wird auch nicht in die Natur geworfen die Natur ist die Seele im Fleisch welche Form auch immer sie annehmen mag das Fleisch ist ebenso spirituell wie die Seele und die Seele genauso natürlich wie das Fleisch für für eure Begriffe ist der Körper die lebendige Seele euer Organismus ist dauernd damit beschäftigt sich selbst zu heilen was bedeutet dass die Seele sich im Fleisch selbst heilt der Körper ist der Seele oftmals näher als der Geist denn er wächst ähnlich wie eine Blume im Vertrauen auf die eigene Natur nun seid ihr mit eurer abendländischen Gelehrsamkeit und der Einführung moderner Medikamente in einer etwas verzwickten Lage der Körper weiß wie er mit natürlichen Heilmitteln die direkt aus der Erde kommen in pulverisierten oder gekochten zerkleinerten oder gedämpften Zustand umgehen muss eine große Anzahl der chemisch hergestellten Medikamente bietet jedoch eurer angebotenen Körperstruktur etwas so artfremdes an dass dadurch starke Abwehrmechanismen aktiviert werden können diese richten sich oft gegen das Medikament statt gegen die Krankheit als solche Ihr kommt dann in die Lage ein weiteres Medikament einnehmen zu müssen um dem vorher verabrechten entgegen zu wirken Ich empfehle Ich empfehle euch aber nicht Medikamente diese Art künftig zu meiden solange ihr an das medizinische System glaubt das unsere Zivilisation entwickelt hat Euer Organismus ist von Geburt an an den Konsum solcher Medikamente gewöhnt Das System hat zwar viele Opfer auf dem Gewissen aber immerhin habt ihr selbst gewählt und eure Ideen gestalten immer noch eure Realität Niemand stirbt ohne sich dafür entschieden zu haben Keine Krankheit wird blindlings akzeptiert Man kann eure Gedanken durchaus wie unsichtbare Viren ansehen als Funken oder als Vehikel betrachten die nicht allein in eurem Körper sondern im gesamten euch bekannten physischen System Reaktionen auslösen Es ist natürlich nach dem Tode weiter zu leben und genauso natürlich den Körper wieder zur Erde werden zu lassen um dann einen neuen zu formen Es entspricht der Natur eurer Gedanken so rasch reagierend und lebendig wie Viren zu sein Es entspricht eurer Natur wahrscheinlich Selbst und Reinkarnations Leben zu haben Wenn ihr die Ideen als geistige Entitäten losgelöst von der Natur betrachtet dann trennt euch das gefühlsmäßig von der Natur Wenn euch ein Leben nach dem Tod unnatürlich und einem spekulativen übernatürlichen verhaftet erscheint dann fühlt ihr euch von allem losgetrennt abgeschnitten und verwirrt Ihr müsst begreifen dass es innerhalb der Natur verschiedene Seinsformen der Natur gibt Euer irdisches Leben eure menschliche Natur ist in eurem Sinne von einer Zeit abringlich Ihr müsst wissen dass in diesem Sinne nicht zu sein ebenso natürlich ist wie das körperliche Dasein euer Leben vor und nach dem Tode ist eine genauso normale Entscheidung wie eure gegenwärtige Existenz das lebendige Fleisch ist sich bestimmter Fakten die euch auf der Bewusstseinsebene entgehen voll bewusst es weiß dass es stirbt und andauernd wiedergeboren wird und doch verliert er es nicht ich verwende die Begriffe sterben und wiedergeboren werden hier weil sie für euch eine Bedeutung haben nicht weil der körper sie erfährt der körper obwohl er stets er selbst bleibt kommt und geht er fühlt sich nicht in seinem wert gemindert oder geschwächt wenn eine seiner zellen ausstirbt da er ja gleichzeitig schon damit beschäftigt ist eine neue zu bilden genauso ist es bei den Bienen es sind täglich hunderte tote Bienen und einst geht nichts verloren stellt euch einmal einen euren körper als eine große zelle vor die in diesem augenblick existiert ihr das größere selbst habt viele körper die sich ständig der eine in den anderen verwandeln während sie sterben und wiedergeboren werden und dennoch bewahrt ihr eure eigenart und euer gedächtnis ebenso wie die kleinste zelle in eurem gegenwärtigen körper auf einer bestimmten seinsebene ist eine gemeinsame basis vorhanden auf der das körperbewusstsein mit dem höheren bewusstsein verschmilzt hier ist die quelle eurer eigenen wesenseigenart dies ist euer seinsgrund wo seele und fleisch sich treffen innerhalb sowie außerhalb eurer zeit nun bei euch eures seins bewusst seid formt ihr eure physische realität durch die inhalte eures bewusstseins ich weiß zwar dass ich mich mit dieser behauptung ständig wiederhole aber ihr braucht solche gedächtnishilfen damit ihr daran denkt dass ihr unbewussten prozessen nicht hilflos ausgeliefert seid ihr habt die angeborene weisheit des körpers im rücken und diese ist ständig darum bemüht fehler die ihr begangen habt wieder auszugleichen ihr könnt auch träume haben die euch drängen eine bestimmte richtung zu wählen oder euch auf lebensumstände aufmerksam machen die korrekturen erfordern oft bringen dann solche träume eine änderung in eurem verhalten hervor ob ihr euch am morgen an sie erinnert oder nicht ihr könnt um träume bitten die richtungsweisend sind und ihr werdet sie erhalten wenn ihr jedoch um traumerfahrungen bittet ohne an den therapeutischen wert der träume zu glauben so wird jegliche aktivität dieser art blockiert in diesem fall macht ihr euch über den inhalt eures bewusstseins was vor ihr sagt euch ich möchte einen traum der mir hilft aber ich glaube nicht dass ich einen solchen traum haben kann um die besten resultate zu erzielen müsst ihr euch vergegenwärtigen dass ideen ebenso lebendig sind ich wiederhole es wie die zellen eurer hand gesundheit gedanken gefühle und die geburt der dämonen nun ich möchte mit dem brief beginnen den zitiere ich jetzt hier finde ich ganz toll liebe freundin lieber freund mich freut dein interesse an meiner arbeit und meinen sitzungen ich finde auch dein ganz natürliches allzu menschliches bedürfnis philosophie in gelebtes leben und gelebte tätigkeit umzusetzen begreiflich aber ideen sind handwerkszeug das für deinen persönlichen gebrauch bestimmt ist je regelmäßiger du diese geistigen instrumente verwendest desto besser wird dir die entfaltung und nutzung der dir eigenen einmaligen gaben gelingen sicher gibt es menschen in deiner umgebung an die du dich um hilfe wenden kannst ob freunde vertrauens personen ärzte psychologen oder medien die dir von nutzen sein können hängt ganz davon ab wo du bist und kannst die hilfe vielleicht willkommen wäre sind die werte die ich zu geben habe anderer art im weiten sinne ist eine meiner wichtigsten botschaften an dich einfach diese du bist eine multidimensionale persönlichkeit und alles selbsterkenntnis alles wissen um deine probleme und lebensaufgaben das du benötigst ist in dir selbst zu finden Andere können dir auf ihre Weise helfen und unter bestimmten Umständen ist solche Hilfe auch nötig und gut Aber meine Sendung ist es, dich an die unglaubliche Kraft in deinem eigenen Wesenskern zu erinnern und dich zu ermuntern, sie zu erkennen und anzuwenden Zu diesem Zweck bringe ich mithilfe von Rupert, also Jane, den fortlaufenden Text des Seths Materials hervor und diktiere Bücher, die auf verschiedene Weise das gleiche Ziel verfolgen In dem vorliegenden Buch, Der Natur der persönlichen Realität, sind Techniken enthalten, die es dir und tausend anderen ermöglichen sollen diese im täglichen Leben anzuwenden, sodass dir das bekannte Leben bereichert wird und du zum Verständnis zur Lösung deiner Probleme beigetragen bekommst Obgleich das vielleicht im Augenblick nicht überzeugt, ist es doch das größte Geschenk, das ich dir machen kann Dir die Integrität deines eigenen Wesens erneut zu bestätigen Ich sage dies auch deswegen, weil ich mir deines gegenwärtigen Zustands genauso bewusst bin wie anderer Teile deiner Wesensheit Rupert, also Jane, verfügt nur über ein begrenztes Maß an Zeit Hier auch 1 zu 1 für Cass Und vieles muss berücksichtigt werden Rupert ist nicht imstande, all seine Post persönlich zu beantworten Sonst würde möglicherweise seine und meine Arbeit darunter leiden Deshalb habe ich dieses Brieflein verfasst, um dir zu sagen, dass du in meinen Gedanken bist und dass sowohl beim Empfang deiner Zeilen als auch beim Abgang dieses Briefes automatisch Energien an dich ausgesandt werden Diese Energien werden dir helfen, deine eigene Einsicht und auch Heilkräfte in dir freizusetzen Ja, ich danke für diese Worte, denn es ist zutreffend Ich bekomme viele Anfragen, viele, viel Danke, viel Interaktion jede Woche und gehe aber nicht auf die Interaktion ein Ich werde weder am Wallfahrtsort noch in Einzelinteraktion gehen Was ich zu teilen habe, ist fürs kosmische Bewusstsein für alle Und ansonsten lebt sich in Stille und jeder wird es in sich selber finden, was er sucht Somit danke ich hier für die Worte, die Seth für uns formuliert Energien dieser Art stehen immer bereit Auch wenn du nicht an mich schreibst Du kannst jederzeit über sie verfügen Wenn du mehr Vertrauen schenkst, dann musst du einsehen Dass andere bestenfalls den Zwischenträger oder Mittler zu spielen vermögen Und als solche eigentlich entbehrlich sind Du brauchst es nicht, du musst nirgendwo hinreisen Es ist alles in dir selbst und alle Hilfen und Anleitungen wird gegeben Und so kannst du jederzeit über diese Energien verfügen Ich gebe dir lediglich, was dir gehört Seth Cass, Jane und hunderttausend andere Lichtbringer, die Ja, nicht anders können, als das zu tun, was sie tun Und sodass es sehr bald zur Erfüllung und Erleuchtung aller Wesen kommt Und hier noch ein paar sehr interessante Zeilen zu natürlicher Aggression Und, ja, Gedanken Da ihr alle möglichen Gedanken habt, gibt es auch Gründe, sie zu haben So wie es alle möglichen Arten von Landschaften gibt Innerhalb eurer Realität wäre es ebenso törig, das Vorhandensein bestimmter Gedanken zu leugnen Wie vorzugeben, dass es die Wüste nicht gibt Jedes Individuum wird eine andere Definition für negative Gedanken oder Gefühle haben Der eine wird sexuell stimulierende Gedanken für einen ergötzenden und höchst angenehmen Zeitvertreib halten Ein anderer findet solche vielleicht unrein, schlecht oder irgendwie abträglich Manche Menschen können sich mühelos und geradezu mit Begeisterung vorstellen, dass sie in eine Rauferei verwickelt werden Und aus ihrem Gegner gnadenlos den Teufel heraus prügelten Die gleichen Gedanken würden vielleicht einen anderen Menschen in panischen Schrecken und massive Schuldgefühle stürzen Derselbe Mensch hingegen könnte, obwohl er sich unter normalen Umständen nie in solche Fantasien leisten würde In Kriegszeiten Vorstellungen davon haben, wie er den Feind tötet Und dabei noch von patriotischer Freude und einem Gefühl der Rechtschaffenheit erfüllt sein Was man gewöhnlich vergisst Natürliche Aggressivität ist ihrem eigentlichen Sinne nach nichts weiter als eine kraftvolle Tätigkeit Diese muss nicht unbedingt mit körperlicher Gewaltanwendung verbunden sein Sie kann sich stattdessen als Kraft und Energie äußern, die in materielle Tätigkeit umgesetzt wird Der Geburtsvorgang ist vielleicht in eurem Sinn der gewaltigste Aggressionsakt Dessen ihr in eurem Realitätssystem fähig seid Auf die gleiche Weise ist auch der Durchbruch irgendeiner Idee in die Sphäre zeitlicher Realisation Ein aggressiver Schöpfungsakt Es ist ein ganz unmögliches Unterfangen, wahre Aggressivität ausmerzen zu wollen Dadurch würde das Leben, wie ihr es kennt, ausgelöscht werden Jeder Versuch, den Fluss natürlicher Aggressivität einzudämmen Hat eine unnatürliche, unausgeglichene, explosive Pseudoaggressivität zur Folge Die Kriege, individuelle Neurosen und viele andere eure Probleme in allen Lebensbereichen verursacht Natürliche Aggressivität bewegt sich in starken Energiemustern Und verleiht all euren Gedanken Ob ihr diese nun als positiv oder negativ, gut oder schlecht empfindet Ihre Stoßkraft Die selbe drängende, schöpferische Woge trägt sie alle an Land Wenn ihr einen Gedanken für gut haltet, dann hinterfragt ihr ihn gewöhnlich nicht Ihr lasst ihn leben und verwirklicht ihn Normalerweise versucht ihr hingegen, Gedanken und Gefühle, die ihr als schlecht oder unwürdig empfindet Oder derer ihr euch schämt Zu leugnen Sie in ihrer Bewegung zu stoppen Und sie zurückzuhalten Energie lässt sich aber nicht eindämmen Auch wenn ihr das vielleicht meint Sie staut sich lediglich auf Und wächst dann noch und noch Und sucht schließlich nach einem Ausweg Dies führt euch vielleicht zu der Frage Und was ist, wenn ich den Drang verspüre, meinen Chef umzubringen Oder meinen Ehepartner Oder meinem Ehepartner Gift in den Tee zu tun Willst du sagen, ich soll das einfach durchführen? Ich kann euer Dilemma sehr gut verstehen Tatsache ist aber, dass ihr Bevor ihr euch solche ungeheuerlichen, unnatürlichen Gedanken überfallen würdet Würden bereits eine Unzahl von weit weniger drastischer Gedanken und Gefühle abgeblockt haben müsst Von denen sich jeder Einzelne ganz natürlich und risikofrei im täglichen Leben hätte ausdrücken lassen Es ist also nicht die Frage für euch, wie ihr mit normaler Aggressivität umgehen sollt Sondern die Frage ist, wie sich Aggressivität bewältigen lässt Wenn sie über lange Zeit unausgedrückt, ignoriert und geleugnet bleibt An anderer Stelle dieses Buchs werden wir uns noch mit geeigneten Methoden befassen Hier möchte ich lediglich auf den Unterschied hinweisen Der zwischen gesunder, natürlicher Aggressivität Und den explosiven, perversen Erscheinungsformen von verdrängter Aggression besteht Jeder von euch wird für sich selber herausfinden müssen In welchen Erlebnisbereichen er seine Gedanken und Gefühle stark unterdrückt Dort sind viele Energieblockaden zu finden Die Katze, die eine Maus spielerisch tötet und sie dann verzehrt, ist nicht böse Sie leidet auch nicht unter Schuldgefühlen Auf der biologischen Ebene verstehen die Tiere einander Das Bewusstsein der Maus, die über ein angeborenes Wissen um die bevorstehenden Schmerzen verfügt Verletzt den Körper Die Katze verwendet das warme Fleisch Die Maus selbst ist der Jäger, sowie auch Beute gewesen Und beide kennen die Spielregeln, auf eine schwer zu erklärende Weise Auf bestimmten Ebenen wissen sowohl Katze als auch Maus um das Wesen der Lebensenergie, die sie miteinander teilen Und sind deshalb nicht versessen auf ihre Individualität Das heißt nicht, dass sie nicht um ihr Leben kämpfen Das heißt, dass sie ein eingebautes, unbewusstes Gefühl der Einheit mit der Natur haben Das ihnen die innere Sicherheit gibt, dass sie nicht verloren gehen oder untertauchen Der Jäger, von der Sitzsamkeit des Tieres relativ frei, war nun gezwungen, sich mit seiner Beute emotional zu identifizieren Töten heißt, getötet zu werden Wir alle werden durch das Gleichgewicht des Lebens erhalten Der Mensch musste also auf der Bewusstseinsebene wieder erlernen, was er schon immer gewusst hatte Das ist die wesentliche und einzig authentische Bedeutung der Schuld innerhalb ihres natürlichen Rahmens Ja, hier will die Anmerkung rein, die ich unbedingt weitergeben will Fleisch, Fleisch essen ist, es sind Leichen, es ist Tod Und Tod reproduziert Tod So einfach ist es Wenn ihr euch für schuldig haltet, weil ihr das eine oder das andere Buch lest Oder bestimmten Gedanken oder Gefühlen Raum gebt Dann geht ihr Risiken ein Wenn ihr glaubt, etwas an eurem Denken oder Handeln sei falsch So wird es sich in eurer Erfahrung entsprechend niederschlagen Und ihr werdet es als negativ empfinden Ihr legt euch also eine unnatürliche Schuld zu Eine, die ihr zwar nicht verdient Die aber auf euch landet und die euch somit erschafft Ja, damit auch der Hinweis Wenn ihr dann Fleisch esst, dann fühlt euch super damit Dann stellt euch vor, das war ein Tier, das ein unglaublich glückliches Leben hatte Und meint nicht, das ist jetzt, ich weiß es ja, ich tue es trotzdem Also dann muss es gut sein Egal mit welcher Sucht man fortfährt Solange man eine Sucht hat, soll man sie feiern Das ist die Frequenz, wie du sie in deinen Körper einführst Nun gut, zurück zur Schuld Normalerweise entsteht dabei nichts, auf das ihr stolz sein könntet Wenn ihr fest an eure angegriffene Gesundheit glaubt Dann verwendet ihr die unterdrückte Energie vielleicht dazu Einiges eurer Körperorgane zu attackieren Ihr bekommt dann vielleicht eine angegriffene Gallenblase Oder ihr setzt eurem Glaubenssystem entsprechend zwar Vertrauen in die Integrität eures Körpers Projiziert aber die Schuld nach außen, auf andere Menschen Auf einen persönlichen Feind, eine andere Rasse, Hautfarbe oder Religion Wenn der Mensch seine eingebauten Instinkte unangetastet lässt Dann verhält sich sein Körper grundsätzlich selbstregulierend Er tötet nicht einfach alle roten Blutkörperchen ab Wenn irgendwann mal zu viele von ihnen vorhanden sind Dazu ist er viel zu vernünftig Dessen ungeachtet macht ihr euch in eurer Angst vor negativen Gedanken und Gefühlen Oft den Versuch, jegliche Aggressivität, jegliche gesunde Aggressivität abzuleugnen Und bringt bei den ersten Anzeichen einer solchen Regung Sofort eure kampfbereiten geistigen Immunkörper ins Spiel Auf diese Weise leugnet ihr die Gültigkeit eurer eigenen Erfahrung Wenn ihr eure persönliche Realität nicht spürt Dann wird euch niemals einleuchten, dass ihr sie gestaltet Und ihr könnt sie infolgedessen auch nicht ändern Das Bewusstsein kann sich dank seiner Stellung Eine Zeit lang über die Signale des Körpers hinwegsetzen Doch wird die aufgestaute Energieballung schlussendlich nach einem Ausweg suchen Das kleinste, unschuldigste Symbol des verdrängten Materials Kann dann bei euch Reaktionen auslösen Die zu dem Anlass in gar keinem Verhältnis stehen Man explodiert Bei zehn berechtigten Anlässen hattet ihr vielleicht das Gefühl Ihr möchtet einem anderen sagen, er soll euch in Ruhe lassen Ihr habt aber davon abgesehen, weil ihr ihm nicht wehtun wolltet Ihr hattet Angst davor unhöflich zu sein Obwohl die ganze Situation eigentlich so war Dass eure Bemerkung sehr wohl verstanden und ruhig aufgenommen worden wäre Weil ihr eure Gefühle nicht angenommen, geschweige denn zum Ausdruck gebracht habt Werdet ihr vielleicht bei der nächsten Gelegenheit Scheinbar ohne ersichtlichen Grund explodieren Und zwar ganz unberechtigterweise In diesem Fall hat der andere gar keine Ahnung, warum er so reagiert Und ist tief verletzt Und eure Schuld wächst Die Schwierigkeit liegt darin, eure Vorstellung von Recht und Unrecht Auf das Ängste mit eurer inneren Chemie Dass diese auf das Ängste mit eurer inneren Chemie verknüpft sind Und sich moralische Werte nicht vom Körper trennen lassen Wenn ihr euch für gut haltet, dann funktioniert euer Körper gut Ich bin sicher, viele von euch werden jetzt sagen Ich bemühe mich ständig gut zu sein Meine Gesundheit ist aber miserabel Wie ist das möglich? Wenn ihr eure Glaubenssätze unter die Lupe nehmt, dann wird euch die Antwort klar sein Ihr versucht gerade deshalb so sehr gut zu sein, weil ihr euch für schlecht und unwürdig haltet Dämonen jeglicher Art sind Produkte Eurer Glaubenssätze Nur unnatürliche Schuld bringt sie hervor Sie lassen sich personifizieren Ihr könnt ihnen sogar wirklich begegnen Doch selbst dann bleiben sie Produkte eurer unermesslichen Kreativität Obwohl Schuld und Glaube an Schuld ihnen diese Gestalt gaben Wenn ihr den verzerrten Begriff unnatürliche Schuld zugunsten der klugen, uralten Weisheit Der bloß natürlichen Schuld aufgeben könntet Würde es keine Kriege mehr geben Ihr würdet einander nicht sinnlos töten Ihr würdet um die lebendige Integrität eines jeden eurer Körperorgane wissen Und keines mehr angreifen müssen Wenn ihr euch in den Finger schneidet, dann blutet es Dabei schwemmt das Blut alle Gifte aus, die eingedrungen sind Das Bluten ist heilsam Und der Körper weiß, wann es aufhören muss Würde das Blut weiterhin fließen Dann wäre das falsch oder euren Begriffen zufolge schädlich Dennoch würde der Körper das Blut nicht für schlecht halten Bloß weil es immer noch fließt Er würde nicht den Versuch machen, die ganze Blutzirkulation abzustoppen Weil es ihnen schlecht dünkte Er würde vielmehr die nötigen Anpassungen durchführen Um den Blutfluss auf natürliche Weise versiegen zu lassen Wenn ihr aggressive Gedanken oder Gefühle ohne Ausnahme für falsch haltet und unterdrückt Dann gebt ihr, um bei unserer Analogie zu bleiben Eurem Organismus nicht einmal ansatzweise die Gelegenheit, sich selbst zu reinigen Stattdessen sperrt ihr die Gifte in eurem Inneren ein So wie im Fleische eine Entzündung entstehen würde So könnte sich das gleiche in eurer geistigen Erfahrung ereignen Körperlich könnte sich daraus ein sehr ernster Zustand Etwa eine Blutvergiftung entwickeln Geistig und emotional kann ein solches Abwürgen der Naturkräfte Zu kranken Gedanken und Gefühlsstrukturen führen Diese können sich wie Wucherungen ausbreiten Denen es zwar nicht an Sauerstoff fehlt Aber an dem freien Zusammenfluss mit den gesunden Elementen Eurer bewussten Erfahrung mangelt Ihr könnt zum Beispiel zwei Kinder haben Von denen das eine sich fast immer folgsam und brav Und das andere immer wild und widerspenstig verhält Vielleicht seht ihr nie das Verbindende in ihrem Verhalten Denn sie sind ja so offensichtlich verschieden In solchen Fällen ist es gewöhnlich so Dass ein Kind die uneingestandenen Aggressionen Der ganzen Familie aus agiert Solche unerkannten Aktivitätsmuster bedeuten auch Dass Liebe nicht offen zum Ausdruck gelangt Liebe ist ebenso nach außen gerichtet wie Aggression Man kann die eine nicht unterbinden Ohne die andere mit zu beeinträchtigen Folglich äußert und projiziert gewöhnlich in solchen Fällen Das folgsame, liebevolle Kind Die unterdrückte Liebe der ganzen Familie Schurke wie Held werden jedoch in Schwierigkeiten geraten Denn beide leugnen andere legitime Aspekte ihrer Erfahrung Das gleiche gilt für Nationen Natürliche Schuld ist ein kreativer Mechanismus Der als bewusster Ansporn euch bei der Lösung von Problemen behilflich sein sollte Die, die das Tier niemals kannte Mit ihrer Hilfe könnt ihr über weite, unbekannte Grenzen hinweg In Bewusstseinsdimensionen vordringen Die schon immer seit der Geburt des Bewusstseins für euch bereit lagen Wenn ihr natürliche Schuld zum Führer erwählt Dann wird sie euch in ihrer Weisheit nicht nur mit biologischer Integrität belohnen Sondern auch mit Erschließung von Bewusstseinsaktivitäten Die euch sonst versagt bleiben Kapitel Ende Und damit ist das Kurz und knapp bucht Vom Wesen der persönlichen Realität Abgeschlossen Und ja, danke ist das Für diese wunderbar klaren Worte Die uns reinigen 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 Die uns reinigen